Wie style ich Bichichinos am besten? Schöne Frage. Bichichinos sind von Grund auf etwas eher Schickes, von daher sehen sie in Kombination mit Hemden wirklich sehr gut aus. Nehmt ein frisches weißes Hemd, in die Hose gesteckt oder draußen ist egal und der sieht so schon gut gekleidet aus. Euer Schuheberg nutzt ihr dann, um dem Look dann entweder eine sportliche Richtung zu geben und das mit Sneakern oder ihr tragt ihn doch vollends schick und zwar mit Lofan. Gerade wenn ihr es etwas schicker haben wollt, könnt ihr dazu auch etwas dunklere Hemden wie Navy tragen und passendes Schuheberg dazu oder ein olivfarbenes Hemd und braune Schuhe, um eine schöne erdige Farbpalette zu erhalten. Wer es lässiger bevorzugt, der kann auch einfach ein schönes weißes T-Shirt nehmen, ein olivfarbenes Obershirt, die Chino dazu und Sneaker und schon habt ihr einen Look. Und wenn es kein grün sein soll, mein Gott, dann macht ihr braun und sieht auch super aus. Die schickste Variante für unsere Chino ist dann die Kombination mit einem Sakko jeglicher Farbe. Entweder ganz klassisch mit einem dunkelblauen Sakko und weißem Hemd oder als wärmere Variante mit Rollkragen und Chelsea Boots. Aber auch hier sieht die Kombination mit T-Shirt wirklich gut aus.